Hallo ihr Lieben, heute in diesem Video reite ich Juniper eine Stute, die ich seit ca. 2 Monaten betreue. Sie ist leider seit einigen Jahren sehr steif im Hals und Knick, hat starke Anlehnungsprobleme, Taktfehler teilweise, drückt den Rücken weg und ist nicht sehr einfach gewesen. Ich habe dann zusammen mit meiner Trainerin und auch vor allem dank ihr versucht mit Juniper sehr viel an Durchlässigkeit zu arbeiten, an korrekten Takt und wir haben das Ganze ganz geduldig, Schritt für Schritt gemacht und ihr immer ganz viele Pausen gegönnt. Und hier sieht man auf jeden Fall einen deutlichen Fortschritt, der vor ein paar Monaten fast nicht denkbar gewesen ist. Sie ist auf jeden Fall immer vor der senkrechten gelaufen und hat sich auch sehr stark gegen die Hilfen gewehrt. Dabei muss ich sagen, sie hat einen passenden Sattel, das wird ständig kontrolliert. Sie ist ständig beim Zahnarzt, beim Tierarzt, bei der Osteopathin, bekommt Massagen, Physiotherapie. Also das hat alles gepasst. Da musste man jetzt einfach nur durch verschiedene Übungen und mit ganz viel Geduld natürlich versuchen, sie locker zu bekommen. Das ist natürlich noch weit entfernt von perfekt, aber mit viel Arbeit werden wir das Ganze schon verbessern. Und ganz wichtig sind natürlich Pausen und Zügel auf der Hand kauen lassen und dass sie sich wieder nach unten strecken und dehnen kann. Das ist natürlich auch ein paar Minuten, bis zum Beispiel auf der Hand kauen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen und ich freue mich sehr über ein Like, ein liebes Kommentar oder ein Abo. Bis bald!